Er hat übrigens auch einen Event-Skin, by the way. Ich hab nur P-20-20. Ja, macht aber die Anti-Helf-Morten mit los. Ja, ich hab sogar grad 30 auf Range mit der Ding gezogen, ohne die Anti-Helf-Morten. Oh, ihr seid schon wieder am Fighten. Uahhhhhh. Die Fighten nicht unter den Fighten. Finish den Wächser ins Land. Moment, ich hätte gern die Waffe. Die Frage ist, wo ist denn der nächste Revive-Beacon? Oh, das ist ja in der Marsch der Welt, wir müssen da hin. Ich würde aber noch gerne hier tatsächlich was mitnehmen. Moment mal. P-20-20, you are done. Oh, fuck. Und serve da oben. Nichts kraft. Sehr gut. Los geht's. від. echtes Ausgabe. Tick. Ausgabe. 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 Ich bin in Kante für den Schrauben! Ich bin in Kante für deinen Schrauben! Ich bin in Kante für deinen Schrauben! Erlösen! Das ganze Schrauben hat fallen! Gut gefordert, Kamrad! Ich habe deine Brücke, weil da ein Schrauben kam! Chill, Mann! lebt er mich dass ich nicht geholfen hat alter schwede man so jetzt kann ich immer die reifen gehen auf geht's in den warten müssen mit aufheben dass wir mitbeleben müssen das ist halt der hat fallen der wird doch selber noch beschossen von dem von hinten das ist doch das ist das aller dümmste daran dass ich darüber aufregt dass ich ihm den rücken freihalte money ist irgendeine waffe das war als alternator gegen spitfire ist halt schon der alternator super stark ist stärker als spitfire aktuell also er hat übrigens eine sitle eingesetzt und zurück kannst wenn du hier vom haus hoch gehst überhaupt nicht kommen einfach mal mit der halber buch oder bis dann zeug nicht holen wobei so weit ist diese weg und das lieber weiter hätte die auf jeden fall weiter schmeißen können ich denke auch wenn die muskel war zu schwach er ist ein roboter er hat keine muskeln den senden brain ist er zu schwach glaube ich muss ich jetzt genug liegen dass irgendwie ich ganz gut ausstatten kann es denke ich habe keine blaue rüstung was meinte ist der mädte hier die geräusche macht ich dachte gerade noch jemand rum aber nee nee war nur der dude gut dass ich nicht genug da und wurde ich hatte kein knockdown shield die haben sie war schon gelootet müsst ihr ihm hinterher laufen oder gehen wir halt ihm hinterher damit er nicht noch toxiker wird der gute mann user join your channel und da geht der o shit button geht apex Apex, Schmähpacks Apex, Schmähpacks Oh, ich hab gar nicht nachgeladen Aha, haben wir Feuer Warte ne, so in Season 2 macht mir Apex wieder Spaß Davor wird das bisschen ausgelutscht Übrigens da Du wolltest doch Care Packages looten Oh, ich hab' die Waffe Ich glaub, wir müssen halt hier schnell dort sein Wenn wir die, das Care Package looten haben Weil er jetzt gefaltet Naja, ich hab' die Waffe 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 Ja, das ist trotzdem da hinten Ja, Moment Ja, Moment Ah, ist schon gelootet übrigens Ich hab' die Waffe Ich hab' die Waffe Ich hab' die Waffe Die Waffe Ich hab' die Waffe Ich hab' die Waffe Ich hab' die Waffe Ja, die bleiben ja rechts von uns Ja, die bleiben ja rechts von uns Oh, die werden uns bis n' Dropship Hier ist überall was Ich hab mir ja auch ein Nate daneben geschließt Was steht denn? Gott ist der am Längen Oh der ist lau Der ist komplett lau Da wollen wir ja sein Ich würde aber gar nicht hinter da reinpusseln Weil die müssen jetzt zu uns kommen Wer ne Kommst du zu uns? Hilfe! Hilfe! Eiköver, eiköver Immer noch am kommen Eingelockt Oh Gott sieh mir das schlecht durch die scheiß Wand Komm weit nach rein einfach erstmal Eingefinished Ja ich hab die Elimination bekommen dafür Ich muss aber gern mal hin und den looten Ja der rennt da rüber der kommt Will dorthin Der will dort die äh Die zipline nehmen Wahrscheinlich Sonst nimmst du einfach außerhalb Ich bin noch hinter uns 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 Ich bin noch mehr Nur für Schoss Ich hab nur noch ne äh Die andere Dings hier Wir haben hinter uns Wir haben hinter uns noch Wir wechseln die Waffe Hast du dein Light Ammo übrig oder? Ne Ich hab aber auf was in der Waffe war Aber ich will nachladen können Moment mal Der ist nicht in die Richtung gelaufen Der läuft komplett außen rum Die Zone ist auch komplett weird Was ist das denn für eine Zone, Alter? Sarah Ich bin die Highground Ich bin die Highground Oh fuck Ich bin die Highground Oh fuck Nice! Es tut mir ein bisschen leid, Ammo. Moment mal, Schirze? Wollte ich mich vielleicht mal voll machen. Moment, ich habe zu viel. Ab 17 keine Shields, das muss ich reichen. Oh oh, Aua! Oh nein! Das Auslösen war gerade fast tötig für mich. Muss heilen. Ich bin nur gelohm. 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 Reload. Ich bin nur gelohm. Ich bin nur gelohm. Ich bin nur gelohm. Oh shit. Fuck that! Und ich bin hier unten in der Ecke. sehr gut, es wird wieder echt viel Academic囉. Du bist im Ailen, das weißt du nicht? Your help is very helpful. Repairing my damages. Hey, cool escape. Get him over here. Äh, do you fight us? Recharging shield. Es sind nur 4 Squads, Guys. Und ich hab fast kein Amo mehr. Ich muss zu dem Typen hier draußen nochmal. Der hat nämlich noch Amo. Äh, hier ist ein Gegner. Ich hab mal kurz einen Squad anledigt, aber ich bin ziemlich low. Down. Brauchst du Mad-Kids? I'm taking a moment to heal. Phoenix Kid here. Okay, nehm ich mir mal, aber ich hab trotzdem fast keine Amo mehr. Ja. Geht nicht in der Zone. In die Zone, in die Zone. Wie lange genug können. Ich hab halt fast kein Amo mehr. Das ist bisschen schick. Brauchst du Light Amo? Ja, nein. Und dann... 2-down. One is dead. The other one is dead. The other one is dead. One knock. Oh Gott. Aua. Ja, das ist schon ausgelöst. Der Skull ist weg. Ich bin los mit dir. 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 Good job guys. Nice fight an dir an dir. Good job team. Richtig schön. Die Schroefeln ins Gesicht einfach so stark am Ende. Hör mal. Weißt du was mich so hart gerettet hat in diesem match? Der fucking gelbe Rucksack. Hm. Der ist halt richtig retarder. Der ist die Broken as fuck. 742 damage. Na gut. Nicht so das beste. 8 kills motherfuckers. Wir haben ein bisschen Leute gefinisht. Ich hab halt versucht oft zu flanken. Und die sind halt immer bei dir rausgekommen. Hand down und gepeakt. Dann bin ich immer so. Warum peaken die bei mir nicht? Dann bin ich übrigens Platin geworden mit dem Match. Nice. Nice. Ah. Joa. Nice. Maximus. Übrigens gibt's aktuell doppelte Erfahrungspunkte tatsächlich. Für top 5 und drüber. Oh. Hey rank up. Ich hab ein paar Sachen abfällig gemacht. Geil. Ich hab zwei Level bekommen. Nee. Ich hab meine Box. Ich muss meine Box kurz öffnen. Mal sehen was ich rauskriege. mit dem übsten Shit. Ah. Was ist der Event Gegenstand? Ah. Ne Banner Pause. Die ist sogar witzig. Tatsächlich.